König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Heute wollen wir mit und für euch über eine etwas kuriose Sache sprechen, nämlich einmal die Kurzgeschichte Ein Gesicht in der Menge und dann ein etwas putziges Sachbuch namens Faithful. Und weil es in beiden ein bisschen um Baseball geht, habe ich diesmal nicht nur wie immer den wunderbaren Flo bei mir. Hallo Flo. Guten Abend. Genauso wenig wie sonst wie immer auch den Jonas. Hallo Jonas. Hallo Deda. Sondern wir haben diesmal auch als Gast wieder mal den wunderbaren Mikado-Elefanten gefangen, denn der ist ja immer unser Baseball-Profi des Hauses. Hallo Mikado-Elefant. Hallo in die Runde. Hallo zusammen. Du warst ja jetzt schon ein Stück lang nicht mehr da. Gibt es bei dir irgendwas Neues, irgendwelche Projekte, die du bewerben willst, neue Accounts oder irgendwas? Nee, aktuell nicht. Ich finde, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über WAN gesprochen haben. Oder kommt es mir jedenfalls nur so vor? Ja gut. Nee, ich habe aber auch sonst nichts aktuelles Neues zu bewerben. Okay. Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Du hast gerade schon gesagt, zu WAN warst du das letzte Mal da. Und ich glaube, WAN war irgendwann im Hochsommer, so August rum, wenn ich mich nicht rächer. WAN war... ist ein Jahr her. Was? Was? Doch, Aufnahme November 2022. Ich habe gerade nachgeguckt. Oh, okay. Die Zeit vergeht schnell. Das ist gruselig. Aber nun, auf jeden Fall freuen wir uns, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, danke. Flo, das Buch ist ja jetzt tatsächlich nicht nur die Folge, sondern auch das Buch bzw. die Geschichte, über die wir reden, ein bisschen kurios. Denn es ist ja diesmal tatsächlich eine Kooperation. Kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte, zur zeitlichen Einordnung sagen? Ja, Stephen King hat sowohl das Sachbuch Faithful als auch diese Kurzgeschichte zusammen mit Stuart und Nan geschrieben. Und Stuart und Nan, geboren am 4. Februar 1961, ist ein amerikanischer Schriftsteller, der Thriller oder auch so Drama-Romane schreibt, hat auch schon einige Preise gewonnen. Es gibt auch einiges von ihm auf Deutsch, da kann man mal reinschauen. Besonders hervorheben möchte ich in diesem Fall seinen Roman Die Speed Queen. Also, ich glaube einfach Speed Queen im Englischen. Hier geht es um eine Frau, die in der Todeszelle sitzt und vor ihrer Hinrichtung erzählt, wie sie eben zur Speed Queen wurde. Also von einer Drogenkonsumentin zur Dealerin und dann zur mehrfachen Mörderin. Und ihr Ghostwriter in dieser Geschichte ist Stephen King. Also Stephen King tritt als Figur in diesem Buch auf. Es sollte auch ursprünglich den Titel Lieber Stephen King tragen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Und mit diesem Onan verbindet King eine Freundschaft und eine Vorliebe für Baseball. Und deswegen haben sie sich nicht nur daran gemacht, dieses Sachbuch zu schreiben, sondern auch dann ein paar Jahre später, 2013, die Geschichte Ein Gesicht in der Menge. Im Original, A Face in the Crowd. Sie ist in den USA 2012 als E-Book erschienen. In Deutschland ist sie ein Jahr später, 2013, als sehr dünnes Hardcover-Büchlein mit dem Wobold-Verlag rausgekommen. Sehr dünn, knapp 60, ja, nicht sehr stark gedruckten Seiten. Aber, ja, ob es sich lohnt, da können wir jetzt gleich drüber reden. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Kurzgeschichte an. Und da wird uns Jonas jetzt erzählen, worum es da geht. Dean Ivers ist ein verwitweter Rentner, der viel Baseball im Fernsehen anschaut. Irgendwann fängt er an, verstorbene Bekannte im Publikum zu entdecken. Um sich zu beruhigen, nimmt er immer wieder Schlaftabletten seiner Frau, gern auch mit Alkohol. Einmal telefoniert er sogar mit seiner Frau, während diese im Stadion sitzt. Und schließlich sieht er sich selbst dort in diesem Stadion sitzen und wird daraufhin auch von einem Freund angerufen. Und um zu überprüfen, was da los ist, fährt er dann selbst dahin. Und dort angekommen, kommen alle möglichen toten Bekannten mit dazu. Er wird erneut von diesem Freund angerufen, der ihn weiterhin im Fernsehen sieht. Und der erzählt, er wäre gerade von der Polizei eingerufen, die angeblich seine Leiche in seinem Bett aufgefunden hat. Und im Prinzip war es das auch schon an relevanten Dingen in der Geschichte. Danke für die Zusammenfassung. Und bevor wir sagen können, ob es das wert ist, Flo, was mich jetzt brennend interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie viel haben sie für dieses winzig kleine Aufgabe genommen? Acht Euro. Ja, nein. Ich habe extra nachgeschaut, ja. Das E-Book, das sie rausgebracht haben, war übrigens 1 Cent billiger. Toll, okay. Naja gut, aber ich glaube, das ist halt in deutschen Preisen ja auch nochmal eine andere Nummer, wegen Buchpreisbindung, wie ist das? Aber ja, ich sage euch gleich, das wird wahrscheinlich eine kurze Folge, weil, wie gesagt, ich glaube, effektiv Text hat es 30 Seiten oder so. Also ich habe für das E-Book, ich habe halt nochmal nachgeguckt, ich habe 1,99 bezahlt. Und das ist es durchaus wert. Ja, okay. Ja, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, naja, wie fandet ihr denn unseren Hauptcharakter, unseren Freund Evers? Hm. Ja, anfangs dachte ich, ja, ein netter Kerl. Und dann bekommt man nach und nach mit, wie er sich gegenüber anderen verhalten hat. Und ja, ich bin kein großer Fan, sagen wir es so. Flo? Ja, ich dachte auch am Anfang, okay, das wird jetzt hier wie in, das war Waren auch, wo wir diesen netten alten Herrn hatten, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ich dachte auch, ja, das wird so eine ähnliche Figur, King ist jetzt in dem Alter, in dem er über alte Männer schreibt. Aber dann, ja, muss ich Jonas recht geben, es war kein netter alter Mann. Ich fand das aber tatsächlich ganz gut, weil ich fand, er war ein richtig schön echt gezeichnetes Arschloch, ohne in so eine klassische Karikatur abzugleiten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, zumal ich ja in den letzten Romanen immer so beklagt habe, dass wir so viel so Abziehbilder haben. Das fand ich war der hier nicht. Das war halt einfach nur 0815 Arschloch. Ja, und zwar eins, das nicht selbst merkt, dass es ein Arschloch ist. Nee, und uns das auch als Leser erst mal nicht merken lässt. Wir neigen ja irgendwie doch gerne dazu, mit der Hauptfigur irgendwie zu sympathisieren. Und ja, ein bisschen schöne Regnerei ist dabei, aber so gegen Ende kommt da immer mehr und mehr raus. Das war doch eher kein 100% Arsch, aber vielleicht witzig. Und die schönste und symptomatischste Szene fand ich tatsächlich, als er dann von seiner Frau angerufen wird. Und ich muss an dieser Stelle gleich zitieren, was sie am Telefon zu ihm sagt. Du fragst dich, warum du ihn nie zu Gesicht bekommst. Das liegt daran, dass du nie für ihn da warst. Ständig warst du auf irgendeiner Verkaufstagung in Denver oder in Seattle. Egoismus ist angelerntes Verhalten, weißt du? Diese Kritik hatte er schon oft auf vielfältige Weise zu hören bekommen. Und seine Aufmerksamkeit ließ nach. Zwischen Moore und Papi stand es 3 zu 2. Keine roten Socken, hat es Stets gesagt. Sollte Matt Moore tatsächlich ein perfektes Spiel hinlegen? Also wirklich dieser Punkt. Er telefoniert mit seiner toten Frau. Ihm ist es auch bewusst, dass die tot ist, dass er mit ihr telefoniert. Und er ist vom Fernseher mehr fasziniert als von der Tatsache an sich. Das fand ich großartig. Das kann ich verstehen. Und er rechtfertigt sich ja auch noch. Ich war nie zu Hause, weil ich das Geld reingeschafft habe, damit der Kühlschrank voll war und der Sohn studieren konnte. Genau. Und da kommen wir auch gleich wieder in das übliche Entitlement-Syndrom, was diese Jungs haben. Sie kannte ihn so gut wie niemand sonst auf der Welt. Dieser oder jeder anderen Welt. Doch sie war nie bereit gewesen, ihm die verdiente Anerkennung zu zollen. Immer diese Frauen. Ja, furchtbar, ne? Ja, ja. Nee, also... Ja... Ich glaube, hieran merkt man auch, es ist kein bösartiger Charakter, es ist einfach nur ein Arsch. Ein ganz normaler Alltagsarsch. Man erfährt ja auch, dass seine Frau betrogen hat. Was die übrigens auch wusste. Ja. Das wissen wir nicht, oder? Doch, ich glaube, sie sagt das. Sie sagt... Sie hat am Telefon gesagt, sie hat es schon immer gewusst, weil das Parfüm von der Sekretärin war doch sehr aufdringlich. Jetzt die Frage, ist sie es wirklich am Telefon oder bildet er sich das nur ein? Aber ja, gehen wir einfach mal davon aus, sie wusste es. Genau. Ja, naja, und die Geschichte mit der Sekretärin, die geht ja auch gleich weiter, denn das ist ja der nächste, ich sag mal, Schnitzer, den er sich geleistet hat. Denn er hat ja über die Affäre mit dieser Sekretärin ein Geheimnis über seinen Chef herausgefunden, dass der homosexuell ist und wohl auf sehr junge Buben steht, aber tatsächlich im legalen Rahmen, also über Volljährigkeitsgrenze. Was er natürlich gleich genutzt hat, um ihn damit zu erpressen, um seinen Willen durchzusetzen. Aber er hat natürlich auch gleich diese Gelegenheit auch wieder genutzt, um damit auch gleich die Sekretärin für sich selbst so ein bisschen loszuwerden. Denn mit dieser Information, oder nachdem er diese Information hatte, hat er also quasi auch gleich diese Affäre beendet. Also er benutzt Menschen als Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger. Ach so, das habe ich anders verstanden. Ich dachte, er hätte quasi dann sie zur Chefsekretärin gemacht erst mal. Ja, das hat er schon. Aber soweit ich verstanden habe, hat er die Beziehung dann trotzdem beendet. Ach so, okay. Ich dachte quasi erst mal näher an sich geholt und dann irgendwann beendet. Aber kann sein, dass ich mich da falsch erinnere. Du hast die Geschichte vor zehn Minuten gelesen. Das heißt nicht, dass ich viel gemerkt habe. Ja, aber ich verstehe das Problem auf jeden Fall. Mir geht es leider ähnlich. Ich habe es jetzt gestern Abend gelesen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es da gerade nicht zu Abend. Das ist auch nicht schlimm. Wie fandet ihr denn die Erzählstruktur? Weil da muss ich sagen, da habe ich am Anfang doch Spaß gehabt, dass er eben immer so diese Seitenblicke zum Fernseher wirft und was er dann so in seinem Alltagsleben macht, wie er so seine Mikrowellenmalzeiten frisst und so, aber immer so mit einem Auge auf den Bildschirm hängt. Das kennen wir alle. Das hat mir schon gut gefallen. Aber gerade gegen Ende hin, wo er dann wirklich wo ist und wo er sich nur selbst sieht und so, das fand ich unglaublich verwirrend. Ich konnte ihm auch irgendwann nicht mehr folgen. Da hatte ich jetzt kein Problem mit. Ich fand es eigentlich doch relativ geradlinig erzählt. Also ein paar Rückblenden, aber alles so im normalen Rahmen für mich. Ich meine nicht die Rückblenden. Ich meine wirklich dieser Moment, als er dann sich selbst im Stadion sieht, als er noch zu Hause auf dem Sofa sitzt. Und dann ruft er den Freund an. Der Freund sagt ihm auch, er sieht ihn. Und dann fährt er ins Stadion und der Freund sieht ihn dann auch wieder im Fernsehen. Aber er muss doch, um in dieses Stadion überhaupt zu fahren, muss doch, naja gut, da kommen wir wahrscheinlich zu dem Problem mit Baseball, denn Baseball kann ja auch mal 5-6 Stunden gehen. Ja, so 3,5 ist eine realistische Länge für so ein Major League Spiel mit den ganzen Tatsachen. Also ist quasi die Fahrzeit, die er braucht, um das Stadion zu kommen realistisch, dass der Typ ihn dann trotzdem im Fernsehen wieder gesehen hat. Ja, klar, das geht. Okay. Es ist einfach wibbeli wobbeli timey wibbeli. Ja. Ja. Wollen wir in diese Bulli gehen? Wenn du das möchtest. Ich habe keine gesehen. Ich fand das super, dass die Idee für dieses ständig Genervtsein eine Hölle ist, in der man die Ewigkeit gezwungen ist, mit denen zu verbringen, die einem die ganze Zeit so auf den Sack gegangen sind. Das fand ich unglaublich nett. Ja, das ist sowas Klassisches irgendwie, oder? So eine Art von böser, entgültiger Gerechtigkeit. Die Hölle sind andere Menschen, ne? Ja. Die ganzen Worte, die anpassen. Also ich würde mir die Hölle, aber das ist jetzt nicht, das wir persönlich nicht unbedingt als Baseballstadion vorstellen. Ja, aber ich glaube, der Twist ist, also soweit ich das verstanden habe, ist ja das, wofür er bestraft wird, nicht mal unbedingt die bösen Dinge, die er so getan hat, die Erpressung und der ganze Quatsch, sondern einfach nur die Tatsache, dass er halt permanent pisst ist. Ja, und bei den ganzen Leuten, die er sich im Laufe seines Lebens, bei denen er sich unbeliebt gemacht hat, da kriegst du ja schon fast zum Stadion voll. Naja, aber die machen ja jetzt nicht den Eindruck, als würden sie ihn bestrafen, oder als würden sie über ihn herfallen, oder so. Die sind einfach nur da, ne? Genau. Oder zum Beispiel, so ein thematisch, es erregt sich über die gesamte Dauer dieser Geschichte regelmäßig darüber auf, dass in dem Stadion die Leute da sitzen und an ihrem Handy rummehren und telefonieren und Quatsch machen und Dinge. Und ich zitiere, der Evers zu Hause startet den Evers unter der Homeplate an, der das Handy ans Ohr hielt. Das ist halt genau der Punkt, er macht, er ist gezwungen, genau das selbst zu tun, worüber er sich permanent aufregt. Ja, ich sag ja, kosmische Gerechtigkeit. Ja. Freunde, ich kann genau nichts zu dieser Geschichte sagen, es tut mir leid. Habt ihr irgendwas dazu? Symbolik mäßig, nee, nicht mehr. An Symbolik, nee, ich hab's jetzt auch nicht mit dem Symbolik-Auge gelesen. Nee. Ist eh nicht unbedingt so mein Thema. Möchtest du denn ein bisschen was über die paar Baseball-Momente sagen? Es gibt zum Beispiel, ähm, hier eben diese ganze Sache mit dem, mit dem, äh, perfekten Spiel oder ein No-Hitter hinlegen. Kannst du uns dieses Vokabeln erklären? Ja, klar. Das sind Leistungen, ähm, des Pitchers, also der, der auf dem Hügel steht und dem gegnerischen Schlagmann die Bälle zuwirft. Ähm, von dem hängt halt im Spiel einiges ab und für den werden auch eigene Statistiken geführt, beispielsweise auch mit dem Pitcher an sich angerechnet, wenn seine Mannschaft in Führung geht, während er im Spiel ist und diese Führung bis zum Ende des Spiels behält. Ebenso gibt's, gibt's den Losing-Pitcher, der halt, äh, für die Verlierer-Mannschaft pitscht, wenn seine Mannschaft endgültig in Rückstand gerät und es gibt halt so ein paar besondere Leistungen. Ähm, das eine ist der No-Hitter. Also ein, ein Hit ist ein erfolgreicher Schlag der gegnerischen Mannschaft, bei dem der, der Schlagmann mindestens das erste Base erreicht, ohne dass im Feld ein Fehler passiert oder irgendwie ein Ball fallen gelassen wird oder daneben geworfen wird. So, das ist ein Hit, also ein guter Hitter hat so ein Schlagquotienten von, ja, weiß ich nicht, 300 auf dem Bereich, auf dem Niveau, also 30 Prozent seiner Schläge enden dann im Hit, die anderen 70 Prozent eben nicht. und wenn ein Pitcher in seinem ganzen, das ganze Spiel überdurch pitscht, das ist auch nochmal eine Leistung, Complete Game, weil normalerweise wäre sie irgendwann ausgewechselt, ähm, wenn er in dem ganzen Spiel keinen einzigen Hit abgibt, dann nennt man das ein No-Hitter. Und das ist so eine 1 zu 1 Million Chance, oder was? Ne, das ist, das ist, das passiert, es gibt auch den Combined No-Hitter, also wenn mehrere Pitcher im Laufe eines Spiels, äh, werfen und die Gegner keinen Hit erzielen, das ist jetzt, passiert jetzt nicht jeden Tag, aber durchaus schon ein paar Mal pro Saison in der Liga. Ein Perfect Game hingegen ist, was sehr selten ist, ähm, ein Perfect Game ist, wenn ein Pitcher das ganze Spiel, die kompletten neun Innings, durchpitcht und im ganzen Spiel kein einziger Gegenspieler auch nur das erste Base erreicht. Mhm. Also er kriegt 27 Gegner und macht 27 Gegner werden ausgemacht. Mhm. Und das, ähm, gab es in der Major League-Geschichte, weil sie nicht eine einstellige Anzahl in den letzten 100 Jahren, also das ist was relativ selten ist. Okay. Und wenn sowas passiert, dann gibt es auch bestimmte Rituale, also der Pitcher wird dann auch von seinen Mannschaftskollegen in Ruhe gelassen und dann sitzt dann ganz am Ende der Bank, ähm, oder bloß nicht irgendwie das Karma zu stören oder die, die Vibes, also da ist auch, ähm, genau, diese Rituale gibt es dann auch, aber es ist wirklich, der Perfect Game ist quasi so der Olymp, den Pitcher im Laufe seiner Karriere, erreichen kann. Mhm. Ähm, Frage an die Jungs, jetzt habe ich ja in meinem Leben schon ein, zwei Baseball-Spiele gesehen. Ich verstehe also grundsätzlich erst mal das Prinzip. Aber ihr habt, habt ihr vom Spielprinzip eine Vorstellung? Nur sehr, sehr grob. Ja, geht mir auch so. Würdest du, Jan, vielleicht nochmal eine ganz kurze Idioten-Zusammenfassung geben? Hm. Ja, kann man versuchen. vielleicht zu mir, ich war 97, mit einem Freund, bin ich durch die USA gereist und da stand halt in jeder Ecke im Fernseher und in jeder Ecke lief Baseball und dann habe ich noch einen gefragt und habe es mir erklären lassen. Und, ähm, als ich wieder zu Hause war, habe ich mir dann hier einen Verein gesucht, um tatsächlich aktiv auch zu spielen. Das war dann 1998 und seitdem bin ich halt in der einen oder anderen Form auch dabei. Und, ähm, ja, worum geht's? Grundsätzlich ist Baseball so ein bisschen anders als andere Sportarten, wenn es so darum geht, ein irgendwie geartetes Spielgerät in irgendwie geartetes Ziel zu bringen, sei es ein Ball ins Tor oder in den Korb oder sonst wo hin. sondern hier haben wir wirklich die Trennung. Eine Mannschaft hat das Angriffsrecht und schlägt und versucht Punkte zu erzielen. Die andere Mannschaft steht im Feld und verteidigt und versucht den geschlagenen Ball halt möglichst schnell wieder unter Kontrolle zu bringen, um erstens die Punkte zu verhindern und sich das Angriffsrecht wieder zurückzuholen. Also hier haben wir eine gewisse Asymmetrie. Ja, Mannschaft besteht aus neun Spielern, die im Feld auf festgelegten Positionen stehen beziehungsweise die am Schlag dann einfach in der Reihenfolge eins bis neun an den Schlag gehen und wenn der neunte dran gewesen ist, geht es beim ersten wieder los. Ja, Ziel für die Angreifer ist es halt, den Ball so zu schlagen, dass die Gegner ihn möglichst nicht fangen oder unter Kontrolle bringen können, zumindest so, dass der Schlagmann dann mindestens zum ersten Base laufen kann und im weiteren Verlauf des Spiels dann halt einmal die drei Bases ablaufen kann bis zum, bis er wieder am Ausgangsfeld an der Homeplate angekommen ist und dann gibt es halt für die Mannschaft einen Punkt. Die Verteidiger im Feld versuchen halt, den Ball unter Kontrolle zu bringen und den Schlagmann oder mögliche Läufer auszumachen. Zum Beispiel durch den Pitcher, wenn der Pitcher drei gute Bälle wirft, sogenannte Strikes, dann ist der Schlagmann aus. Wenn ein geschlagener Ball aus der Luft gefangen wird, ist der Schlagmann aus. Wenn der Ball eher zum ersten Base gespielt wird, als der Schlagmann da ist, ist der Schlagmann aus. Oder ganz allgemein, wenn ein Läufer zwischen den Bases mit dem Ball berührt wird. Also auf den Bases ist man sicher, aber unterwegs kann man halt jederzeit ausgemacht werden, indem man halt mit dem Ball von einem Spieler berührt wird. Also nicht abgebrochen, sondern wirklich mit dem Ball im Handschuh. Und ja, wenn drei Leute ausgemacht worden sind, dann ist das Inning vorbei, dann wechselt das Angriffsrecht. Und ja, nach neun Innings, also ein normales Baseballspiel dauert neun Innings auf niedrigem Niveau auch sieben. Einfach, weil da mehr Fehler im Feldspiel passieren. Ja, und der am Ende die meisten Punkte hat gewinnt. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, also drei bis vier Stunden sind auf jeden Fall realistisch, zumindest in der Major League. Dreieinhalb, drei bis dreieinhalb, sage ich mal, nach den damaligen Regeln. Mittlerweile haben sie es ein bisschen gestrafft durch, ja, in den letzten paar Jahren hat die Major League ein bisschen was gemacht, dass also Pitches nach einer gewissen Anzahl von Sekunden geworfen werden müssen, dass die Leute nicht ewig Zeit lassen im Feld oder nicht zu lange Zeit lassen im Feld, um es ein bisschen fernsehtauglicher zu machen. Ich glaube, aktuell sind sie dann doch im Schnitt bei unter drei Stunden, also zweieinhalb, drei Stunden müsste man heute auch einplanen. Neun innigen Spiel auf dem Niveau. Ist ja auch ausreichend. Naja. Also ich sag mal so, in dieser Geschichte, über die wir ja gerade reden, ist ja Schlaflosigkeit tatsächlich ein großes Thema. Denn das ist ja der Punkt, weshalb man den ganzen Spaß überhaupt macht. und ich muss sagen, das ist auch der einzige Grund, warum ich in meinem Leben ein paar Baseballspiele geguckt habe. Also ich habe die World Series geguckt, die letzte, als die Cardinals die World Series gewonnen haben. Jetzt kannst du mir, Jan, bestimmt sagen, wann das war, weil ich weiß es nicht mehr. Müsste ich tatsächlich auch nachgucken. Also irgendwann 2013, 2014 vielleicht, irgendwas in der Drehung. Die letzte, die ich richtig verfolgt habe, war 2016, als die Chicago Cups noch über 100 Jahre mal wieder gewonnen haben. Da bin ich tatsächlich auch ein paar Nächte um die Rohren geschlagen. Aktuell, ja, muss ich nachts eher schlafen. Deswegen kriege ich das immer erst am nächsten Morgen mit. Wissen wäre auch damals ein Thema gewesen. Können ein anderes. Aber ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, bei mir, also ich glaube, mich zu erinnern, das war aber kein normales, reguläres Saisonspiel, das war irgendwas Besonderes. Dass ich da ein Spiel hatte, das ging, glaube ich, fünf Stunden oder sowas. Da bin ich wirklich, habe ich angeguckt, bin eingeschlafen, bin nach viereinhalb Stunden wach geworden und das Spiel lief immer noch. Ja, das gibt es natürlich auch. Wenn nach neun Innings noch kein Siegerfest steht, was unentschieden steht, dann werden halt so lange Innings drangehängt, bis eine Mannschaft gewonnen hat. Das können dann auch schon mal 18 werden. Je nachdem, wie gut die Fischer dann auch sind und wie gut verteidigt wird. Ja, aber auch so 95 Prozent der Spiele sind dann irgendwie nach neun Innings oder maximal zehn zu Ende. Es gab allerdings auch Anfang der 2000er ein All-Star-Game, also immer so zur Mitte der Saison spielt die Major League ein All-Star-Game, wo dann halt die gewählten Vertreter der National League gegen die gewählten Vertreter der American League spielen. und das ging dann auch länger und irgendwann hat der Liga-Präsident dann das Spiel abgebrochen, damit sich die Pitcher nicht die Arme kaputt machen für so ein Show-Event. Ich weiß nicht, wie lange die da gespielt haben. Das muss auch, das war nur zwölf Innings, aber das muss länger gedauert haben, weil da auch viel, bei so Spielen viel durchgewechselt wird. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, das war 2011. 11 war die Karin, das ist okay. Ja, und was ich halt sagen muss, für mich war der Reiz an diesem Sport tatsächlich, es passiert ja über weite, weite Strecken genau nichts. Und dann hast du aber plötzlich so einen explosiven Moment, den du sogar verstehst, also meistens sogar verstehst, obwohl du von dem Sport keine Ahnung hast. Und das sind eben solche Sachen wie, also eine Szene war irgendwann letztes Jahr zum Beispiel, da hat der Schlafmann plötzlich den Grip an seinem Bett vorgenommen und der flog halt mehr oder weniger ins Publikum und der eine Typ, der auf der Ersatzbank saß, hat ihn halt völlig unbeeindruckt so nebenbei aus der Luft weggefangen. Also solche Momente sind halt irgendwie cool. Ja, sowas passiert auch gelegentlich, also häufiger auch, dass die Schläger mal brechen, also gerade in der Mechal nicht nur mit Holz gespielt wird. Also wir hatten immer Metallschläger, die gehen nicht so schnell kaputt, habe ich aber auch schon mal erlebt. Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass über viele Strecken nichts passiert, also je nachdem, wie gut die Leute sind. wenn ich Bitscher natürlich jetzt hier in der deutschen Bezirksliga jeden zweiten Ball irgendwie in Dreck oder über den Zaun werfen, dann wird es tatsächlich irgendwann langweilig, weil auch dann keiner mehr schlägt. Aber Baseball gibt es halt ja relativ viele verschiedene Situationen. Es gibt Spiele, die stehen lange 0-0 oder 1-1 und dann gibt es halt mal sieben oder acht Punkte in dem Ening. Es gibt auch in der Major League Spiele, die enden 15 zu 2. Es gibt auch Spiele, da steht es irgendwie 9 zu 5 und dann wird im letzten halben Ening das Spiel noch gedreht und am Ende steht es 10 zu 9 für die anderen. Also das ist alles drin und jede Situation hat da irgendwie ihre eigene Spannung. Ich weinte das mit dem nicht. Wie gesagt, ich gehe da runter ran als Laie und zum Beispiel die ganzen taktischen Sachen, du kannst ja bei Baseball auch sehr viele taktische Dinge machen. Die würde ich natürlich nicht verstehen, weil ich ein Idiot bin in dem Thema. Aber eben so die wirklichen Momente, die du als Laie begreifst, sag ich mal, die sind ja doch relativ frage gesehen. Ja, du siehst halt schon, wenn du bist auch glaube ich als Laie in der Lage, gute Aktionen zu beurteilen. Also wenn jemand einen Ball fängt, der irgendwie nach den Gesetzen der Physik gar nicht mehr hätte fangen dürfen oder sich so lang auf den Boden schmeißt, dass er den Ball kriegt oder einen Ball fängt, der eigentlich 10 Meter hinter ihm noch aufkommen müsste in vollem Lauf ohne hinzugucken oder einfach mal einen Schlagmann einen Ball aus dem Stadion kloppt. Da brauchst du kein Spielverständnis. Das sieht auch so spektakulär genug aus und das geht auch. Ja, aber ich habe zum Beispiel mal eine Szene gehabt, das war auch irgendwann in den letzten Jahren, da haben sie ja irgendwie so ein Mittelfangspiel gespielt. Das war halt so ein Moment, wo sie versucht haben, den Kerl mit dem Ball im Hutschman zu erwischen. Das ist ein Rundown, wenn er zwischen den Bases immer hin und her läuft. Genau das. Und da hat sich halt meine komplette Timeline völlig drüber gefreut. Und ich sage, ja, es ist lustig anzugucken, fehlt nur noch die Benni-Hüll-Musik, aber ich verstehe nicht, was da jetzt passiert. Ja, es ist auch dann für die Spieler relativ heikel, weil der Läufer kommt sich doof vor, weil sie den erwischt haben. Und dann steht da fast die gesamte Mannschaft links und rechts und versucht, keinen Fehler zu machen und den Ball zu fangen. Zumindest die Ligen, in denen ich so gespielt habe, geht halt auch gerne mal schief. Okay. Ich würde sagen, den weiteren fachlichen Teil zum Baseball machen wir gleich. Ich würde aber jetzt erstmal die Kurzgeschichte noch zu Ende bringen. Und deshalb die Frage, habt ihr denn für diese kleine Kurzgeschichte Zitate? Keinen Moment. Ich kann schon mal sagen, nein, ich habe keine. Okay. Ich habe Zitate, ich habe aber auch noch so ein paar andere Anmerkungen und Trivias. Die können wir gleich machen. Aber die machen wir gleich. Genau. Ja, Zitat. Ja? Ich habe drei Stück. Hm? Hau raus. Erstens, er und Elli waren 46 Jahre verheiratet durch gute und schlechte Zeiten und jetzt gab es niemanden, der sich daran erinnerte. Lachen mag die beste Medizin sein, aber Dean Evers glaubte, dass seine Feinde zu überleben die beste Rache ist. Am dritten geht das Wortspiel so ein bisschen verlorener. Gib mir eine Leber, die lang genug ist und ich hebe die Scheißwelt. auf den anderen. Jonas, hast du da eins gefunden? Ja. Zwei Stück. Sie schwellten oft in Erinnerungen. Wozu waren alte Männer sonst eigentlich gut? Und? Erwachsene wussten es besser, aber Kinder waren von Natur aus dumm. Ich habe spät in der Nacht einen Herzschlag. Und er hat einen Herzschlag. Vermutlich war er auch deshalb so oft wütend gewesen. Selbst wenn er nicht wütend war, war er bereit gewesen, wütend zu sein. Gut. Und jetzt, Jan, kannst du gerne deine Ergänzungen und die weitere Anlagung loswerden. Ja, ich fange mal an. Ich habe natürlich das Ganze auch mit ein bisschen Baseballbrille gesehen. Was mir aufgefallen ist, natürlich, die ganze Geschichte ist ziemlich realistisch, mal abgesehen von den toten Leuten im Fernsehen. Also, die ganzen Spieler, die erwähnt werden, die haben auch 2012 für die jeweilige Mannschaft gespielt. Die gibt es auch alle wirklich. Der einzige, den ich nicht gefunden habe, war dieser Matt Young, dessen Trikot den Evers am Ende anhat. Es gab zwei Spieler namens Matt Young, die haben aber beide nie für Semper Bay gespielt. Von daher bin ich da nicht sicher, ob mir das noch irgendwas sagen sollte, warum ausgerechnet jetzt Matt Young auf diesem Trikot stehen sollte. Ja, ansonsten ist irgendwo mal die Rede von einer Schriftstellerin, die die Mutter ihrer Freundin erschlagen hat. Die gab es auch wirklich. Ich hatte dann ihren Künstlernamen Ann Perry, ist im Frühjahr dieses Jahres gestorben. Und genau wie die ganzen Markennamen, die da auftauchen, auch das Schlafmittel gibt es wirklich und führt in Verbindung mit Alkohol tatsächlich dazu, dass man lange wach bleibt. Und ansonsten habe ich nochmal, bei Stephen King haben ja auch Namen in der Regel immer eine Bedeutung. Wenn wir jetzt hier nicht so die sprechenden Namen haben, aber ich habe die Personen, die vier toten Personen, die Dean Evers im Fernsehen sieht, Embraer, Dan Wheeler, seine Frau Evers und Young sind alles Namen, also Alan Embraer, Dan Wheeler, Ruth Evers und Cy Young haben, sind alles Namen von Baseballern, die mal irgendwann für die Boston Red Sox gespielt haben. Das vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, weil die Anzahl der Baseballer geht ja auch in die Tausende in den letzten 100 Jahren, aber zumindest haben die alle irgendwann in der Red Sox-Historie mal für die Red Sox aufgelaufen. Also vermutlich kein Zufall. Nee, eher nicht, ne? Ja. Und es gibt einen Baseballspieler namens Matt Moore, vielleicht ist das ein Zufall, den es tatsächlich auch gibt, gibt einen gleichnamigen Sänger, der 1966 einen Titel in den Charts hatte, der hieß Face in the Crowd. Das ist nett. Okay, gut. Seid ihr durch oder habt ihr noch was zu sagen? Ja, ich hätte vielleicht noch ein kleines Bindeglied, denn die Idee zu dieser Geschichte hatte King wohl schon 2004, denn er beschreibt die Grundidee einer Geschichte mit dem Titel Spectators, also Zuschauer in einem anderen Buch, nämlich in Faithful. Und dazu kommen wir jetzt. Am 20. Mai, genau. Wollen wir aber vorher vielleicht die kurze Geschichte zu Ende bringen mit der Bewertung? Ach, da war ja noch was. Weil wir ja die Faithful-Sache nicht gelesen haben. Ja, ich würde auch sagen, Faithful zu bewerten, das brauchen wir auch nicht zu machen, aber ja, gerne. Dann, Flo, fang gut noch am besten gleich an. Ja, es ist eine nette kleine Kurzgeschichte. Wir hatten schon erheblich schlechteres. Ich weiß nicht, ob man es als Geistergeschichte bezeichnen kann, irgendwie schon. Hat mich unterhalten, war mit nichts Besonderes. Ich gebe 13 Punkte. Okay, so weit wäre ich auf jeden Fall nicht gegangen. Also für mich ist sie tatsächlich ganz nett, aber auch relativ belanglos. Und wie gesagt, was mich ein bisschen rausgebracht hat, war das konfuse Ende. Deswegen, ich komme nicht über 8 Punkte. Jonas? Das sehe ich ganz genauso. Ich bin auch bei 8 Punkten aus ziemlich den gleichen Kunden. Okay. Mikado-Elefant? Ja, ich gehe in eine ähnliche Richtung. Lies sich weg, tut nicht weh, aber ich werde dann doch bald sehen. Okay. Dann kommen wir nun zum zweiten Teil dieser Sendung und das ist das Sachbuch Faithful. Und Flo, du hast das Buch. Ja, viel zu erzählen habe ich da jetzt nicht. Wie gesagt, King und Ornan kannten sich schon lange und waren beide Baseball-Fans und wollten einfach mal ein gemeinsames Buch schreiben. Und zwar eins über die damals laufende Saison, also 2004, ihrer Lieblings-Baseball-Mannschaft der Boston Red Sox. Und wie es der Zufall so will, haben die zum ersten Mal seit 1918 wieder die World Series gewonnen in diesem Jahr, was die beiden natürlich noch nicht gewusst haben, als sie das Projekt begonnen haben. Deswegen war das 2018, das war 1918. Entschuldigung, ja. Aber 2018 haben sie auch gewonnen. Ja, das war ein Zufall. Genau, also sie haben dieses Jahr, eine Chronik dieses Jahres dieser Baseball-Mannschaft gemacht und haben auch als der erfolgreichsten Jahre dabei erwischt. Aber das ist eher purer Zufall. Da kann ich vielleicht gleich mal mit einer Laien-Zwischenfrage reingehen. Würdest du die Theorie unterschreiben, Fan der Red Sox zu sein, entspricht beim Fußball, Fan von Bayern München zu sein? Nee, also nicht 2004. Okay. Also eher Fan von Schalke. Oder Baseball, also die Red Sox waren immer eine der notorischen erfolglosen Mannschaften. Also jetzt nicht völlig scheiße, aber es hat fast 100 Jahre nie gereicht, die World Series zu gewinnen. Das ging so, also das ist so in die Baseball-Folklore auch eingegangen. die Redewende und Curse of the Bambino können wir vielleicht ansprechen, also der Fluch des Bambino. Nach der, nach dem World Series Sieg 1918 wurde der Spieler Babe Ruth genannt, der Bambino, einer der, die absolut legendärste Figur im Baseball überhaupt, wurde 1919 ausgerechnet die New York Yankees abgegeben und dieser Fluch besagte halt, dass niemals wieder die Red Sox jemals eine Meisterschaft gewinnen würden und ja, dieser Fluch fand dann tatsächlich erst 2004 ein Ende. Und mit den Rivalitäten unter den Mannschaften, das ist tatsächlich auch ähnlich zu verstehen wie hier in Deutschland mit dem Fußball oder wie verstehe ich das? Ja, also in den zu der Zeit, in den späten Neunzigern, frühen 2000ern, als ich auch mit Baseball angefangen habe, waren die Yankees eher so vergleicht an Bayern München. Hatten einige World Series ich glaube 98, 99 glaube ich auch, weiß ich nicht, haben ja auch 2004 in der regulären Saison deutlich vor den Red Sox abgeschnitten und die Rivalität ist halt immer da. Es gibt zwar nicht im Baseball diese Auswärts Fans, es ist nicht üblich, dass man irgendwo zu Auswärtsspielen mitfährt, aber ja, Stephen King schreibt ja da auch gerne mal vom Evil Empire und das scheint wohl aus dem Herzen zu kommen. Ja, dass King ein Fan der Red Sox ist, das erkennt man glaube ich in seinen Geschichten auch immer wieder, schon in Carrie sind sie zum ersten Mal genannt worden und ja, sie tauchen halt immer wieder auf in der Nebel, in Pin Up, prominent in das Mädchen, weil das Mädchen großer Fan von Tom Gordon ist. Tom Gordon, Ja, und auch hier unter Dean Evers vorhin, der war ja eigentlich auch Red Sox-Fan, bis in die Umstände dazu gezwungen haben, nach Florida umzuziehen, wo halt mit der Tampa Bay eine Mannschaft spielt, die erst seit 1998 existiert, also quasi das genaue Gegenteil von so einer Traditionsmannschaft, wie der Fötter ist. Ja, und es wird auch noch weitere Geschichten geben, zum Beispiel kommen wir bei der nächsten Kurzgeschichtensammlung zu der Erzählung Uhr und hier geht es um Parallelwelten und in einer dieser Parallelwelten, weil du es eben genannt hast, hat es den Fluch des Bambinos nie gegeben, das wird tatsächlich so angesprochen, also da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ich bin gespannt, wie sich das ausgewählt hat, ich bin nicht. Flo, du hast ja mit uns damals Kopf runter gelesen, das war dieses Essay, als er die Jugendliga seines Sohnes begleitet. Vom Gefühl her, wie ähnlich war das jetzt? Ah, das war diese Geschichte, war das in Albträumen? Ich glaube, ja. Ich habe damals drei Punkte gegeben, ich würde jetzt wahrscheinlich, sagen wir es so, das Buch liegt dir nur auf Englisch vor und das macht es nochmal schwieriger zu lesen, weil diese ganzen Fachbegriffe, da kann ich natürlich wenig mit anfangen, als jemand, der echt keine Ahnung hat. Auf Deutsch hätte ich wahrscheinlich länger durchgehalten, aber ich... Auf Deutsch kannst du immer Pech haben mit der Übersetzung. Ja, stimmt auch. Ich habe beides auf Englisch gelesen, ich habe es teilweise auf Deutsch gegengelesen und Kopf runter war wirklich grottenschlecht übersetzt. Okay. Gerade wenn es um Baseball-Fachbegriffe ging, also da wurde dann Base auch mal mit Tüte übersetzt und Gewicht in der Menge war da schon deutlich besser. Wenn überhaupt nicht klar, wenn man einfach Begriffe übersetzt, dann wurden die einfach stehen gelassen, was dann aus meiner Sicht auch die bessere Lösung ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich würde mir nicht zutrauen, das jetzt so bewerten, so wie ich es gelesen habe. Sagen wir einfach so. Merkt man denn den Anteil des anderen Autoren? Die sind ja, die beiden Autoren sind ja typografisch auch hervorgehoben. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht wie bei Das Schwarze Haus oder sowas, wo eins ins andere übergeht, sondern beide schreiben separat über die Ereignisse dieses Jahr. Ich glaube, Stephen King ist fettgeschrieben und Stuart und dann normal oder so oder umgekehrt. Also die kennt man schon. Es hat auch nicht jeder zu jedem Tag irgendwie in Eintracht geschrieben. Teilweise ist auch E-Mail-Verkehr zwischen den beiden dann abgedruckt, dann nochmal anders hervorgehoben. Das ist ein Grau hinterlegt und so weiter. Ja, man sieht also, welcher Beitrag jetzt von dem kommt. Ich habe jetzt nicht reizulnd etwas geschrieben. Ja, wollt ihr dazu noch irgendwas sagen oder sollen wir an der Stelle den Sprich wunder machen? Ja, also ich habe jetzt zu dem Buch selber nichts mehr. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Experte für die Red Sox geschweige ein Fan, von daher ich habe glaube ich damals die ersten Falspiele der World Series auch gesehen und kann nachvollziehen was jetzt das Sensationelle an dieser Saison war und warum die Fans deswegen alle stahl gehen. Ansonsten sind ja 450 sehr eng bedruckte Seiten und ich habe mich da auch durchgekämpft. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Ich bedanke mich ganz sehr, ich habe noch ein Zitat. Oh ja. Aber ein Zitat habe ich, weiß nicht wie es euch geht. Ähm, ja. Auch in anderen Lebensländern zu brauchen. Die Red Sox spielen so wie alte Leute ficken. Ein schönes Schlusswort. Bevor wir aber zumachen, Verwertungen gibt es hier weder für die Kurzgeschichte noch für Faithful, oder? Nein, beides nichts. Das heißt, für die Kurzgeschichte gibt es natürlich das übliche Hörbuch bei Faithful und ich weiß nicht, ich habe nicht davon gelesen, dass es auch ein Hörbuch gibt. Okay. Gut. Es gibt natürlich den einen Querverweis, dass er am 20. Mai die Idee zu Faith in the Crowd dann auch niederschreibt. Das hatten wir gerade schon angesprochen. Okay. Ansonsten, ich würde sieben Punkte geben, weil es doch sehr langatmig und anstrengend war zu lesen. Wie gesagt, ich bin kein Wettbewerbs, wenn ich mich noch bin. So ein literarisches Highlight ist es jetzt auch nicht. Alles klar. Dann bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich natürlich auch beim Flur, dass du dabei warst. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Natürlich auch beim Jonas. Es war wie immer schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Und auch beim Jan, beim Mikado Elefanten. Es war wundervoll, mit dir zu podcasten, wie immer. Und wenn wir mal wieder was mit Baseball haben, kommen wir natürlich auf dich zurück. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Tschüss. Und ansonsten, liebe Hörer und Hörerinnen, wie gesagt, es geht demnächst weiter mit normalen Werken von King. Und wenn ihr da in irgendeiner Form mitmachen wollt, könnt ihr das gerne tun. Guckt einfach auf unsere Leseliste. Ihr braucht nichts weiter. Keine große Expertise. Auch keine King-Expertise. Auch keine Mikrofon-Expertise. Ihr braucht nur ein Gerät zum Reinsprechen und Teamspeak oder Discord. Und den Rest kriegen wir dann schon hin. Wenn ihr die Lektüre nicht habt, sagt uns Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Qualenlager versorgt seid. Flo, mit was geht es bei uns demnächst weiter? Ja, wir haben Pläne. Also das nächste Buch, das wir regulär besprechen werden, ist Joyland. Aber, wenn ich mich nicht täusche, kommt vorher noch unsere traditionelle Jahresendfolge. Und vielleicht eine kleine Überraschung. Das auch. Da verrate ich noch nichts, aber ich sage auch schon mal, in der Jahresendfolge haben wir auch wieder eine kleine Besonderheit wie jedes Jahr. Also könnt ihr euch auch drauf freuen, es gibt nicht nur Statistik. Und dann gibt es ein paar größere Highlights, die dann folgen, wie Dr. Sleep, Mr. Mercedes, Revival und so weiter und so weiter. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch und danken uns, dass ihr uns die Treue haltet. In diesem Sinne, ciao. Ciao. Ciao.